Der Wochenrückblick Nummer 138 von MotorradOnline.de Diesmal mit direkt oder indirekt angekündigten neuen Modellen für 2025. Und da ist ganz heißes Fan-Material dabei. Außerdem mit dem originalen V2 Evergreen Suzuki SV650, nochmal für 2025. Mit zwei frechen Supervelo-Checkopien aus China und einem Polizeimotorrad mit über 200 PS. Die Kawasaki Z900 ist das zweitwichtigste Motorrad in Deutschland. Sie liegt konstant auf Platz 2 bei den Motorrad-Neuzulassungen, hinter der Boxer-GS von BMW. Aber wenn das so bleiben soll, dann wird es so langsam mal Zeit für eine neue Z. Und die hat Kawasaki für nächstes Jahr indirekt angekündigt. Die Z900 fehlt nämlich in der bereits vorliegenden Liste mit den neuen Farben für 2025. Auf dieser Liste, die uns zugleich verrät, welche Kawasaki-Modelle Updates für Euro 5 Plus bekommen, stehen alle anderen Z-Modelle Z650, Z650RS, Z900RS und ZH2. Nur die Z900 eben nicht. Im Umkehrschluss müsste das bedeuten, dass 2025 eine neue Z900 kommt. Oder eine neue Z1000. Sogar eine Z1100 könnte es werden, denn vor zwei Wochen haben wir hier ja von der neuen Versys 1100 berichtet, die Kawasaki bereits in Australien angemeldet hat. Auf jeden Fall hat die neue Z, wenn sie nächstes Jahr kommt, einen starken Vierzylinder-Motor. Mit mehr als 125 PS, vielleicht sogar mehr als 150 PS. Wie die neue Z aussehen könnte, das haben wir uns schon mal zusammen mit Designer Karl Lee ausgemalt. Natürlich in Kawa-Grün. Von Honda kommt ja 2025 endlich die neue CB1000 Hornet, die eigentlich für dieses Jahr angekündigt war. Und die ziemlich ähnlich aussieht wie eine Z von Kawasaki. Circa 150 PS hat Honda angekündigt. Weitere technische Daten liegen zur 1000er Hornisse noch nicht vor. Auch noch kein Preis. Und besonders den wüssten wohl auch die Kollegen von Kawasaki schon gerne. Außerdem verdichten sich in Japan derzeit die Hinweise zu einem neuen Retro-Modell auf Basis der neuen Hornet. CB1000 Boldore könnte es heißen. Bereits 2020 hatte Honda das CBF-Konzept vorgestellt. Damals allerdings noch auf Basis der CB1000R mit Einarmschwinge. Ende 2022 machte Honda dann einen Rückzieher. Aber möglicherweise nur mit der ersten Version der neuen Boldore, also mit der Einarmschwinge. Auf Hornet-Basis, also mit Zweiarmschwinge, soll aus dem CBF-Konzept nun doch eine Serienversion werden. Da sind sich jedenfalls unsere japanischen Kollegen von Young Machine ziemlich sicher. Angeblich soll das neue 1000er Retro-Modell dann endgültig die CB1300 ablösen, die es in Japan immer noch als Neufahrzeug gibt. Und auch dazu gibt es ja eine passende Kawasaki, die Retro Z900RS. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten jedenfalls ganz genau beobachten, was sich bei den beiden japanischen Herstellern so tut. Bei Suzuki gibt es auch Neuigkeiten. Allerdings betrifft das die gute alte SV650. Die gibt es ja schon seit über 25 Jahren. Tatsächlich seit 1999. Und diese Woche hat Suzuki verkündet, dass es von der SV650 auch noch einen Jahrgang 2025 gibt. Schön günstig für 7200 Euro. Lediglich 100 Euro teurer als bisher. Die 2025er SV650 kommt schon jetzt in den Handel in drei neuen Farbvarianten. Mit Blau oder Dunkelgrün oder Schwarz. Alle drei sehr elegant arrangiert mit dem Gitterrohrrahmen. Technisch ändert sich übrigens nichts an der Evergreen Suzuki. Der bewährte und quirlige V2-Motor, einer der letzten seiner Art, behält also seine 73 PS. Updates für Euro 5 Plus erwähnt Suzuki allerdings nicht. Also ist die SV650 dann wohl doch demnächst ein Auslaufmodell. Wer noch eine neue haben will, sollte also nicht mehr lange warten. In China haben wir gleich zwei sehr freche Kopien gefunden. Beide imitieren die neoklassische Super Veloce von MV Agusta. Zuerst tauchten Fotos von der QJ-Motor SRK 921SV auf, bei der es sich auch technisch fast um eine 1 zu 1 Kopie der Super Veloce handelt. Denn QJ-Motor war mal eine Zeit lang der chinesische Partner von MV Agusta. Bis KTM mitsamt seinem China-Partner CF-Motor bei MV Agusta eingestiegen ist. Und jetzt scheint QJ-Motor sich zu rächen. Die bauen tatsächlich die Super Veloce in China nach, mitsamt Fahrwerk und Vierzylinder-Motor. Allerdings mit dem älteren 921er von MV Agusta. Komplette Daten liegen noch nicht vor, aber wahrscheinlich wird diese Super Veloce nicht nur schön, sondern auch schön preisgünstig. Das gilt auch für die zweite freche Super Veloce-Kopie aus China. Die Cyclone RC700R von Songshen. Die bekommt allerdings nur eine Super Veloce-Verkleidung. Den Vierzylinder-Motor kopiert Songshen von einem anderen Hersteller, von Honda. Und eine Einarmschwinge bekommt der Klon von Cyclone auch nicht. Somit könnte diese Super Veloce noch billiger werden. Wir sind gespannt. Die Leute bei MV Agustas sicherlich auch. Und falls so eine China-Veloce irgendwann nach Europa kommt, geben wir sofort Bescheid. Und dann haben wir diese Woche noch etwas ganz anderes Kurioses gefunden. In England. Bei der North Yorkshire Police ist ein extrem außergewöhnliches Polizeimotorrad im Einsatz. Es ist zwar eine BMW, aber nicht die übliche RT mit Boxermotor, sondern eine BMW M1000RR. Also die teure Top-Version des bayerischen Superbikes. Ab 33.000 Euro. Über 200 PS und über 300 kmh. Zwar ohne Tatütata, aber immerhin mit Straßenzulassung. Und in diesem Fall mit neongelbem Polizeidekor auf der Carbonverkleidung. Da spielen sich natürlich spektakuläre Verfolgungsjagden mit Rasern ab. Aber erstmal nur im Kopfkino. Denn die englischen Verkehrspolizisten wollen die schnelle BMW zunächst als Showbike ausprobieren, um mit Motorradfahrern besser ins Gespräch zu kommen. Das war der Wochenrückblick Nummer 138 von Motorrad-Online.de. Und jetzt würden wir gerne von euch wissen, auf welches neue Modell ihr euch am meisten freut. Ob ihr euch eine billige Super Veloce Kopie aus China kaufen würdet. Und ob ihr euch von einem Polizeimotorrad mit über 200 PS beeindrucken lasst. Schreibt es unten in die Kommentare. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.